Zwischen Asia-Voc und Deutschrock. Am Finaltag kommt ein Kultur-Cocktail auf den Tisch. Gefühlt sind es irgendwie drei Konzepte in einem vereint. Ja, da kommt Skepsis auf, würde ich jetzt behaupten. Für den Wochensieg muss alles perfekt sein. Wer hat's gewonnen? Ja, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Das erste Mal diese Woche, dass man sie nicht so wie eine kleine Biene sieht. Das Mädel ist jetzt angespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.